so liebe leute hallo und herzlich willkommen zurück dritte folge von let's play the wolfemangas ich bin immer noch nick als euer host des heutigen abends wir haben 15 uhr und sind immer noch im büro also im office der beiden brüder die entdämmen das ist flycatcher also fliegenfenninger und ja wir machen da weiter wo wir letzte folge aufgehört haben wir haben uns die beiden inboxes mit diesen dummen e-mails die sich gegenseitig schicken angeguckt und stimmen noch mal ein bisschen weiter rum denn wir haben da einmal noch ein paar lollipops gucken wir uns direkt einmal an den tatsch werden wir nicht haben wir nicht vor und da ist diese cigar box oder in zigarettenschachtel und die ist auch noch ziemlich interessant glaube ich oder ein schlüssel wartet sehr interessant ich war beim friseur ich sehe wieder gut aus ich wollte es mal gesagt haben so weil ich toll bin wofür könnte dieser schlüssel sein wenn wir mit dem geld und ein schlüssel wofür könnte der sein die uhren gehen übrigens nicht mehr aufgefallen beim videoschnitt von der letzten folge wollte es nur mal gesagt haben so ist der schlüssel vielleicht für eine der eine der schachteln hinein da vielleicht file cabinet das haben wir denn donkey skin das crane cinderella brennigen was was weißt du über beauty oder was wisst ihr über beauty über die schöne okay krass wenn wir noch brennigen altes haus alte flippe detektive brennigen ich bin an er okay sinerella haben wir glaube ich noch gar nicht gesehen oder haben wir sinerella schon mal getroffen ich glaube nicht hallochen vacation wo ist sie wohl okay donkey skin wie schaut's aus das ist ja die mysteriöse person aus dem ersten das ist unsere arbeit das ist ein wir sind ja aber noch ein zeitdruck das wollen wir nicht vergessen auch wenn es eine neue folge ist was wissen die über crane was he planning to pay this all back request for property acquisition further details filed under donkey skin why did he want it back so badly find anything not what i need what if you're wrong about them das ist alles so verwirrend immer ich wollte nur sagen dass sie ihnen eine chance nein kein fall absolut nicht bigby shit there's something here i know there is there has to be why would there be anything to because they're lying to you okay flycatcher that's why they aren't detectives they're hired guns hitmen bigby what happened to your ich denke die wunde werden wir aufgegangen ich weiß was das ist es die 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 hier passiert ist mit fucking schlaggeist ich bin sorry ich bin sorry ich... 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 ich wusste nicht schaue ich weiß dass du sie magst aber sie sind ein Teil des alles was hier passiert sie sind schlechte Leute Oh man, okay. Das ist krass, wenn sich Aufregen schon die Wunder aufreißen lässt, dann wie wird man das beim Kämpfen? Das wird Hölle Schwetung, glaube ich. Armour Bigby. Ein motherfucking Geheimgun. Boah, Flycatcher ohne Scheiß, geh weg. Du bist viel zu neugierig für einen Janitor. Okay, ein kleines Lager. Ist das ein Telegraf da? Ne, ne Waage. Och Junge. Wow. Ne Waage, Telefon, Brett, Regale. Wir fangen mal ganz rechts an. Sagt er, während er nach rechts ging. So. Ähm. Package. Zwei Package. Crooked Meat. Sorry, I know I'm late. I'll get it to you soon. Ichabod Crane. Who is he sending money to? Crooked man. Care of the lucky pawn. Do you know what that is? Ja, was machen wir mit dem Geld? Beweismittel? Eigentlich ist es ja ein Beweismittel, oder? Ah, ich glaube wir haben so ein Kratzerz eingesteckt. Eigenverdienst. Ist das was du brauchst? Ich glaube nicht. Aber, es ist interessant. Es gibt noch mehr hier. Ich muss trotzdem noch die Wäsche finden. Was hast du genau zu suchen? Vielleicht kann ich mir helfen. Oh, nichts über Crane. Oder die Wäsche, die er benutzt. Etwas. Hey, Bigby. Du denkst, nach all das, Du denkst, dass ich zurück nach die Wäsche kommen kann? Seit Crane hat mich gehen lassen. Ich meine, ich kann trotzdem hier arbeiten, aber ich glaube nicht, ich will jetzt. Ich will nicht mit schlechten Menschen arbeiten. Ich will nicht mit schlechten Menschen arbeiten. Du solltest mit Schnee sprechen. Vielleicht ist es etwas, was sie für dich tun kann. Wirklich? Das wäre... Danke dir. Schnees Haar. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben so eine Wäsche gefunden, in der Lillie's Glamour. Anti-Greenleaf. Das ist die Wäsche, die Crane benutzt. Ich denke, D und Dunn die Wäsche bekommen für Crane und sie zu ihm? Das ist nicht so schön. Anti-Greenleaf. A-G. Das ist es. Anrufe das Geschäftsfass. Sag Snow, ich gehe zu dieser Adresse. Schau sie mich dort. Bigby! Ich bin hier gerade gekommen. Ja, ich auch. Es ist Nummer 23. Ich habe es noch nicht gesehen. Wir haben es noch nicht gesehen. Wir haben es noch nicht gesehen. Ja, ich weiß. Das ist es. Alles klar. Wie willst du das machen? Erstmal hören wir. Hörst du nichts? Wenn jemand da drin ist, wird sie sehr kalt sein. Ah, fuck it. Warte, 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 warte. Was machst du? Was sieht es aus? Nicht nur in die Kacke. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite ist. Lass uns das letzte Resort für das letzte. Okay, okay. Was würdest du mir machen? Ich weiß nicht. Knack? Ich meine, wir haben keine Ahnung, was hinter diesem... Ein Kind? Hi. What the fuck? You woke me up. Sorry about that. Is something wrong? Well, pardon the intrusion. I wasn't aware this was a Munchkin's house. Well, Dorothy, it isn't. Sharp kid. Look kid. I'm sorry. I don't have time for games. You woke me up. It's okay. Do you have a name? Rachel? Who are you? Just so... I'm the big big wolf. I'm the sheriff. Well, I'm the sheriff. And this is my partner. Boss. Oh, man slow. How do you do? Is there, um... Is there anything you need? We're looking for a man. A skinny pale nervous fella. Have you seen him? My art teacher says men are a waste of time. Do you go to school? Sometimes... Is there... Something you want? I don't think I can really help you. Snow, can you just do something here? I... I never have any idea what to say to these people. You mean children? Do you mind if my friend here takes a look around? I promise we'll be quick so you can hurry back to bed. Huh, a little girl. I think they're all night. Nobody's been here. That's funny. Okay, boss. I'm gonna trust your friend not to break anything. Don't get me in trouble. Look for anything unusual. Yeah, like Crane. He could still be here. Okay... Ankommen. Da ist ne Tür. Da ist das Mäuschen. Rachel. A closed door. A partition? Was ist dahinter? Ich seh darunter irgendwas. Okay, niemand. Nicht hier. Es gibt niemanden hier, aber ich. Mhm. Das sagt sie jetzt. In dem Apartment von dem Prinz war doch auch ne... War doch auch ne... War doch auch ne Person im Schrank. Mhm. Auch nicht mehr die Jüngste. Na gut. Okay, ein Kamin, wo vielleicht Sachen verbrannt wurden. Ich sah einen Spider hier gestern. Oh? Es war ein schönes Baum. Rekordplayer. Let me guess. Big Band oder Klassiker? Honky Tonk. Honky Tonk. Okay. Ich will wissen, was in dieser Tür drin ist. Ohne Scheiß. Delivered to Auntie Greenleaf. Der Butcher. Was ist das? Ein Paket. Das hat mit jemandem, der den Butcher nennt. Der Butcher. Es ist leer. Okay. Nichts, das sieht, wie Crane hier war. Nichts? Sie? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo muss doch hier ein... Ein Hinweis sein. Do you like broccoli? Not really. Broccoli? It's pretty rare to see a burner like this. Doughty. That's how we like it. Do you have any pets? Your mama Hunter? Oh no, she never... That was found in the woods around Dick's Mountain. I think. Okay. Da ist ein ganzer Baum in der Wohnung. Auch sehr ungewöhnlich. Ist da vielleicht irgendwas? Wahrscheinlich nicht, aber... Was ist das? Mama benutzt das, um ihre Trinkette zu schrauben. Es ist aus dem alten Welt. Trinkette? Ähm... Wie Glamour? Ich weiß nicht. Ich bin mein kleines Kind. Ich habe nichts gesehen. Ich werde immer mit dem Nachschrauben von seinem. Ich mache es auch. Kann ich jetzt ins Bett gehen? Bitte? Ist das ein Glamour-Tub? Mama lässt wirklich niemanden mit dem spielen spielen. Trust mich. Ich habe versucht. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Genau wo du es gefunden hast. Niemand kann mit dem spielen spielen. Nein, nein. Bitte, bitte. Bigby wird es nicht verraten. Nein, du wirst nicht verstehen. Sie wird sich schreien, wenn sie dann herausfinden wird. Ich lasse Leute in hier. Und lasse ihnen ihre Trinkte, okay? Sie bemerkt, um wir die Dinge zu schrauben. Sie bemerkt sich alle Zeit, um zu sehen, ob sich die Dinge verhalten. Ich will nicht in den Probleme. Ich bin schon gebrochen. Aber ich bin schon bemerkt. Ich bin nicht in den Bordern. Ich werde es nicht verraten. Ich will es nur öffnen. Nein! Es legt es hin! Bitte, bitte! Bitte, bitte! Das ist nicht, was du siehst! Das ist nicht, was du siehst! Ich will nicht, ich will nicht in Probleme kommen. Ich habe gewusst, sie tut so. Was? Nicht so stark genug? Denkst du, wir haben Zeit, um zu sparen? Denkst du, das ist ein Spiel? Nein, ich habe nicht. Aber Glückwunsch auf es gewinnen, wenn es dir wichtig ist. Okay, starte auf. Und von Beginn. Ich war in den Wundern, um ein Jackal und ein... Nicht... das! Bitte, Greenleaf, hilf uns, Crane, das ist alles, was wir interessieren. Das ist nicht alles, was wir interessieren. Schnee? Ich bin kein Fortunter, Wolf. Ich habe keine Heilung. Ich habe keine Ahnung, wo er ging. Du musst etwas wissen. Wenn du eine Recipe für Owlstuhl willst, dann gibt es nichts, was ich weiß, das helfen würde. Warum, in dem Namen von alles Heilig, hast du diesen weaselnden Skumbag? Ich meine... Was auf der Erde hätte er getan, um diesen typischen Loyalität zu verdienen? Crane könnte heute Morgen sein. Und du würdest mich nicht kreieren. Aber das bedeutet nicht, dass ich dir nichts sagen kann. Warum hilft ihr uns nicht? Was hat sie für Probleme? Was hat sie für Probleme? Was weiß sie, was wir nicht wissen? Wir können sie doch beschützen. Wir können. Hoffe ich. Keine Ahnung, aber... Wovor hat sie Angst? Eben. Boah, Snow ist pissed. Wir verletzen den Baum. Nein! Wie schreckt ihr hier und schreckt mich das eine Sache, die... Das Baum ist ähnlicher. Es ist Teil der Familie, und es ist die einzige Sache, die für das Schüttelhausverhältnis. Und die Fables, die nicht die Glammärs von dir, kommen zu mir, für Hilfe. Oh, ohne sie, wo sie können... Oh, nicht das! Du machst Geld aus der anderen Menschen. Oh! 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 Oh, die Frauen sind verdr Rangers! Und die alten Hagen, wie ich, dürfen alle, welche sie liebben, sterben. Wir haben sehr unterschiedliche manchen, die unsere Feti zu gestalten. Und sehr unterschiedliche Wesle, auch, wie es sich zu gestalten. Und ich benutze sie nicht als eine Verwaltung, um unsere Leben zu rechnen. Ah. Oh, ohne Scheiß. �ch, das tut mir. Ich... ich bleibe auf Snows Seite. Sorry, aber... ohne Scheiß. Ach so! Ist Crane gar nicht der Schuldige und will jetzt seine Unschuld beweisen oder wie darf ich das? Ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Ich will nicht. Ey, Snow ist richtig, richtig bad drauf. Richtig böse. Alter Vater. Ja, und Crane, keine Ahnung, stellt sich vielleicht raus, dass er gar nicht der Schuldige ist und deswegen ist er jetzt unterwegs, um halt seine Unschuld auf eigene Art und Weise zu beweisen. Okay, ja, das ist mysteriös. Schauen wir mal. Ja, es ist schon mal gut. Es regnet immer. Ich glaube, es regnet ziemlich viel in der Stadt. Nein, es ist nichts, was du mit sich beschäftigen musst. Ich glaube nicht, dass es so ist. Scheiße, warte mal. Herr Sheriff, ist es etwas, was ich mir mit helfen kann? Ich habe entschieden, dass du den Schmerzen möchtest. Oh, ich sehe. Komm dich anzupassen, du B****. Geh aus dem Weg. Ah, ich bin in deinem Weg, Luf. Du musst nicht, was du jetzt wissen willst. Jetzt! Ups. Oh, Snow, ey. Alter Vater. Hey, du kannst nicht einfach in da gehen. Wir haben ein Problem. Sag mir, wer das hat. Just sag mir, wer das hat. Ich weiß, dass du das wissen willst. Herr Crane, bitte. Sie kann nicht helfen. Ich weiß, dass du das Plan ist. Ich werde nicht dafür sorgen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin sorry. Crane, weg von ihr. Ich habe nichts gemacht. Ich habe dir gesagt, ich habe nichts gemacht. Die Mädels, die Mädels, sie werden mich zurückziehen. Ich muss nur den schlussischen Ring arbeiten. Das ist alles. Sie können nicht sprechen, weil das Schmerz. Aber wenn dieses Ring durchgeht, ich weiß, was passiert ist. Und das ganze Ding wird übergehen. Das ist alles. Bitte. Ich bin innozentig. Voll, voll, voll innozentig. Der Ring wird nicht funktionieren, Crane. Ohne Scheiß. Das ist Bullshit, was du hier abziehst. Was? Nein. Das wird funktionieren. Ich versuche dir, es muss. Du, ein Trottel, ey. Bitte, erzähl mir, wer sie töten hat. Meine Lippe sind gespeichert. Wie viele Jahre? So ein Schwein, ey. Ich bin in Bigby, bitte, ich hatte nichts, nichts zu tun mit dem. Ich habe nur... Ich habe nur... Ich habe nur... Oh Gott. Und ich bin nicht Prinz Charming, okay? Ich bin nicht... Irgendwas stimmt da ganz gewalt. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ja, sie hat schon recht. Also ich meine... Er ist auch gar nicht so richtig fähig dazu, oder? Ich habe nur... Aber ich glaube schon, er weiß irgendwas. Ich glaube auch, dass er vielleicht nicht der Mörder ist. Ähm... Das sind zwei wischende Sachen. Aber ich glaube, er weiß irgendwas. Er weiß mehr, was er sagt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Er macht wahrscheinlich das. Aber es gibt eine Unterschiede zwischen dem, der sich involviert und dem, der das gemacht hat. Okay. Wir müssen herausfinden, und wir werden das herausfinden. Ganz bestimmt. So eine falsche Schlange. Ohne Scheiß. Wir müssen jetzt nicht mehr großartig drohen. Wer ist in charge, Sheriff? Sometimes it's fuzzy. Du denkst, du hast, was es braucht, um dieses Office zu fahren? Du denkst, ich habe keine Sacrifice gemacht? Ich habe Sacrifice gemacht. Und du wirst nicht in dem, Sheriff, eine Minute, bevor du etwas übernommen hast, was du interessiert hast, damit die Räume nicht aus dem verdammten Wagen fallen. Ich habe das Beste, was ich konnte mit dem, was ich hatte. Und die Stadt hat alles, was es aus mir konnte. Ohne Scheiß. Eigentlich, ich würde ihm so gerne eine reinhauen. Bam, Junge. Oh Gott. Warum bist du? Ich würde diesen Trapper auf deinen Schlag halten. Sorry, Snow. So, und nicht anders. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber... Ein so ein Ding. Muss schon sein. So ein kleines jedenfalls, ne? So. Und wir werden in dieser Stelle auch die Pause für heute einlegen. Wir sind durch. Das heißt, wir sehen uns erst morgen wieder bei Let's Play The Wolf of Manga. Das ist Episode 3. Hügt mal mit mir, dem Nickels. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Nicht vergessen, das Ganze hier ein bisschen zu beobachten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.